Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Satisfactory. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, so lasst mir doch bitte ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne ein Like da, kommentiert das Video und nach dem Intro wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Haut rein! Ciao! Du kannst deinen Zug rufen. Hast du ihn voll gemacht? Ja klar, ich habe auch ein bisschen umschichten müssen, damit ich soweit für deine Baupläne da hinten jetzt das ganze Material im Zug habe. Okay. Und wie weit ist die verdichtete Kohle? Die verdichtete Kohle geht jetzt vom Bahnhof aus weiter. Okay, dann bist du doch noch nicht so weit gekommen. Nein, kann nicht alles auf einmal. Ja, die verdichtete Kohle hätte eine höhere Priorität gehabt. Du hast gesagt, die verdichtete Kohle, ja, höhere Priorität, aber das Baumaterial ist auch wichtig und ich soll das erst in den Zug packen. Ich habe ja nicht gewusst, dass du so lange brauchst. Ach, ich denke ahnt, dass ich da solche Summen brauche. So zwischendurch einmal los, mir die Tasche leer machen. Das sind doch nur 111 Kraftwerke. Die Zahl 111 ist eigentlich noch gut überschaubar, ne? Ja, die Stückzahl, ja, aber nicht das Material. Also wir verbrauchen gerade 2700 Megawatt. 2008, 3000. Das garantiert ein paar Maschinen jetzt angefeuert, ne? Durchs rausnehmen. Oh, unter Garantie. Also Zug fährt los, ja? Wo, auch so ein. Bin ich drauf, okay. Da muss ich ja gehen, dass es dann stehst und gerade noch was umschicht ist und... Mann, da ist nichts mehr zum Schichten. Moment, habe ich jetzt eigentlich noch... Kabel müsste ich noch mitnehmen, wenn wir schon da sind. Sonst gehen wir die gleich aus. Davon habe ich noch genug. Da sind keine Kabel drin. Hier sind keine Kabel. Ich habe keine Kabel, ich muss auf dem Zug warten. Scheiße. Ja, im Zug sind Kabel. Na gut, der ist Gott sei Dank gleich da. Ich hoffe, dass da Kabel drin sind. Ich hoffe, du dich auch. Wieso ich? Kabel stand nicht auf meiner Einkaufsliste. Ja, aber die darfst du dann holen. Ich bin der Host, weißt du? Ich kann das gerade nicht. Mhm, genau. Das stimmt, Kupferdraht habe ich ja da. Ja, das ist ein Kabel. Öh, alles voller Motoren. Da wundert mich nicht, dass der Stromverbrauch so hoch geht. 1670 Motoren. Junge, Junge. Wenn da mal nicht die Sierung rausfiegt. Speicher für es. So, Köpfe. Jetzt gerade hasse ich, dass die Scheißviecher hier alle respawnen. Na, er gibt Blut. Alles schön einsammeln. Ja, aber nicht, wenn du drei blöde Fliegensträucher vor dir an der Nase hast. Du eigentlich überhaupt keine Zeit hast. Ja, du hast, genau, du hast weder Zeit noch, äh, das andere habe ich vergessen. Aber unterwegs triffst du noch viel, viel mehr. Und noch ein paar Dicke. Unten am Strand zum Beispiel. Witzig, ich habe hier auch so viel Munition dabei, da ich ja so die Kassen in der Tasche habe. Na, ist doch prima. 81 Schuss. Teilt sie dir gut ein. Dann, du wirst sie brauchen. 71 Schuss. So, ich weiß jetzt gar nicht mal, wo ich eigentlich stehengeblieben bin. Glaube ich einfach auf der anderen Seite. So, Splitter. Ja, so. Ja, so. Ja. 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 aber jetzt haben wir es ja bald geschafft so mehr oder weniger es wird doch lustig die Plattform dann zu bauen oh ja das wäre definitiv nicht genug Samantha sie hätten mir auch schon gedacht dass ich vielleicht den äh Versorgungszug vergrößer und tatsächlich den Zement doch in einen Waggon laufen lassen automatisch also ich bin jetzt bei dem Dicken am Strand ich wünsche dir viel Erfolg ich bin schon vorbei ok dann schaffst du es ja vielleicht doch noch rechtzeitig weil ich bin hier noch fleißig am Bauen ja das könnte sich schwierig gestalten weil BW ist ein Quartett sind ok weil ich muss die ganze Versorgung noch aufbauen mit dem Kraftstoff an sich das dauert auch noch ein bisschen die Stromversorgung fehlt hier natürlich auch noch also ich bin noch ein bisschen beschäftigt und natürlich die Pufferspeicher den muss ich dann auch noch bauen ok alles muss man alleine hier machen bis mich die ganze Zeit hier alleine hängen ja wenn DHL Nummer keine verdichtete Kohle liefert noch wer da ja wer noch komischerweise habe ich nämlich gerade keinen Sound mehr von deinem Game da hast du doch sowieso nicht doch doch höre ich über deine deine über Discord höre ich das ok ist ja eigentlich blöd so wenn ich das verdichtete Kohleband bis ganz hinten hin ziehe oder was meinst du mit ganz hinten hin ja jetzt einmal ganz außen um die ganzen Fabrikanlagen rum ich muss doch eigentlich quer durch oder nicht Moment ich schau mal wo bist du du bist eigentlich schon zu weit ja mein ich doch da wo die vielen äh wasserextraktoren stehen da müsstest du runter das Problem ist die sehe ich gerade nicht weil da ist nicht aber ich sehe einen riesen großen Haufen von wie pinkt man nochmal noch gar nicht das ist erstmal Experimental oder siehst du die Pings ich sehe im Moment gar nicht ich werde gerade angegriffen ein kleiner Augenblick so jetzt werde ich nicht mehr angegriffen so pingst du hin? ja du musst du gucken wo es pingt ich sehe hier gar nicht ja hier ja eigentlich sogar noch weiter hier hier so ah da jetzt sehe ich oben auf dem ja jetzt sehe ich da hinten die grüne Pingwelle jetzt pingst du in meine Nähe ja genau da musst du runter ja genau da liegen die Gleise ja da musst du drüber ja da stehe ich drüber ich möchte dich schon wieder so ein Ding vorm Kopf haben das schaffst du schon so einmal hier dran und einmal hier dran aber ich bin fasziniert das ist jetzt doch noch pünktlich geschafft mit der verdichteten Kohle ich bin noch nicht da ja ich bin auch noch nicht fertig so die sind schon mal angeschossen jetzt was nechste gut hab ich noch mal erschrocken weil hier gerade so eine Fliegefliege halt mir vorbeigeschossen ist eine Fliegerfliege ja so ein Kamikaze eine Fliegerfliege wenn ich auch nicht gehört ja die hatte so ein weißes Stirnband und mit einem roten Punkt in der Mitte ok ach dies blöde Band äh Kabel geh weg ja wäre auch eine Option ich probiere es einfach aus ich kann es ja mal laufen lassen und äh wenn die Sicherung rausfliegt dann kann ich die zum Teil ja nochmal abklemmen beziehungsweise ich habe die ja jetzt so angeklemmt dass wirklich äh ich eine komplette Reihe vom Netz nehmen kann und das spart dann schon einiges ein aber mit diesen Kabeln kann ich ja dann steuern welche Seite ich in Betrieb nehme ok so ich muss nochmal schauen wo ich jetzt schon wieder Strom herkriege ch so so ich muss nur schauen wo ich jetzt schon wieder Strom herkriege Hier ganz die Massen, wo ich eigentlich immer so viele gesetzt hab. Ah, hier ist noch einer. Ui, 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 ui. Gut. Dann hängen die schon mal am Netz. Dann fehlt noch das System für den Kraftstoff. Speicher-Freeze. So. Mosquito noch da, ist schon wieder so ruhig. Ja, ich bin hochkonzentriert, ich muss auch Stände messen. Ui, ganz schwerer Job. Dann mach ich den Fehler, passen die ganzen Massen. Ja, muss alles neu machen. Jetzt lass mich diesen verdammten Stapel noch aufbauen. Geht jetzt schon wieder nicht. Ich schwöre es nicht herauf. Ne, hab ich nicht vor. Und du bleibst da hin. Ich hab auch nichts da los. Na gut, du wolltest näher kommen, dann stirbst du. Wo ist dein Scheiß-Problem? Warum lächst du? Ich bin ein Masten. Das Spielmob dich. Ich glaube, das ist sicher der Tagebestzeit. Nachts kann ich keine Masten bauen. Meinst du? Was ist nachts anders als am Tag? Ich glaube, ich werde die Erdlichkeitsstufe. Ach, nicht doch nicht. Da vorne konnte ich Fahde 2 bauen. In der Mitte kann ich die jeweils einbauen. Bei dir sind alle so komisch. Ich weiß auch nicht. Was du nicht sagst. Mhm. Nicht genügend Freiraum. Da war jetzt gar nichts mehr. Und er sagt mir nicht genügend Freiraum. Oh, kein Kupfer. Ja, kein Kupferblech mehr. Hast du Kupferblech einstecken? Ja, ich habe Kupferblech. Okay, ich komme zu dir. Vorsichtig. Fliegen, weil... Direkt in der Mitte. Ja, ich bin schon außen rumgeflogen. Spitze. Hättest du ja auch wegmachen können, weil genau da muss ich lang. Jetzt kann ich hier wieder keine Masken stapeln. Hä? Du tanzt hier auf der Stelle. Ich bin aber hier hinten auf der kleinen Insel. Naja, du stehst hier vor mir und tanzt auf der Stelle. Noch da? Ich hab da schon wieder... Nein, ich glaube, ich fliege gleich raus. Ja, bin wieder raus. Äh, nicht gut. Weil ich bin hinter dir gewesen, laut meinem PC, auf der kleinen Insel. Gar nicht gut. Ja, aber diesmal steht er, ich habe das Spiel verlassen. Äh, der stand ja beim letzten Mal auch da. Ja? Ja. Weil der Name wird ja immer noch oben drüber angezeigt. Ich werde dich jetzt wahrscheinlich wieder nicht einladen können. Nö. Er zeigt dich nicht mehr als online an. Äh. Wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren, aber okay. Was wird nicht funktionieren? Versuchen wir mal nicht mehr, wenn ich gerade erinnere. Nö, ich kann nicht mal eine Online-Sitzung erstellen. Dann hast du gerade mit deinem Internet Probleme gehabt. Er sagt mir aber, ich habe Internet. Nö, ja, musst du ja. Wir reden ja gerade über Discord. Ja, eben. Oder hab ich mich hier jetzt versehentlich... Nein, hier ist Wehler. Nein, hier ist Wehler. Ohne die Kupferbleche komme ich halt jetzt nicht weiter. Ich stemme mich gleich wieder. War im Zug noch was? Nein. Mist. Du musst mich ja schieben. Ja, aber dann bist du ja schon wieder in der Hauptbase. Ja, und? Sonst kommen wir nie weiter. Okay, ich schlag nach. Nein. Ja, aber ich meine gar nicht ein Geil. Du, warum? Dann muss ich das Spiel aber auch wieder neu starten, ne? Wahrscheinlich. Oh, Mann. Ich habe auch, ähm... ...eben wieder die Anzeige gehabt. Zwei Stunden online. Kann doch nicht sein, dass die hier ein oder andere nach zwei Stunden rauskicken bei mir. Eigentlich nicht. Außer die haben das jetzt irgendwie reingepatcht, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt kann ich ja gar kein Update. Nee, ich meine nicht die. Ich meine mein Internet-Provider. Ach so, nee. Das glaube ich auch nicht. So, was kann ich noch gebrauchen? Das noch? Äh... Geht es? Nee, es passiert nichts. Ich kann... Ich kann ihn nicht, äh... Es passiert nichts, wenn ich drücke. Ich kann höchstens noch mehr draufballern, ja, aber... Versuch mal trotzdem. Halb mal... Halb mal zehn oder elf Sekunden diese... ...diese Wiederbelegungstaste gedrückt. Ja, jetzt bist du weg. Ach so. Jetzt hast du mich erschossen und tust mich noch ersäufen. Danke. Bitteschön. Nee, ich habe tatsächlich die Taste jetzt auch länger gedrückt gehabt. Ich habe es ausprobiert, aber... ...da ist nichts passiert. Nee, ich kann dich nicht einladen. Ich werde das Spiel auch wieder neu starten müssen. Ich bin bei mir auch noch nicht drinnen. Ich bewege mich auf jeden Fall schon mal zum Bahnhof. Da müssen wir noch einen kleinen Break halt einleiten, äh... ...vollführen, äh... Ich komme nicht auf das richtige Wort. Ähm... Na egal, ihr wisst, was ich meine. Also ich bin jetzt wieder auf meiner... ...unbespielten Wiese. Ja, aber du tauchst hier nicht bei mir auf. Ich muss neu starten. So wie beim letzten Mal auch. Beim Heulen ist das doch. Also ich gehe jetzt nur kurz an den Bahnhof und dann... ...mach mal einen kleinen Break an der Stelle. Da könnte wieder ein paar Minuten dauern. Dann machen wir eine kleine Pipi-Pause, weil wir streamen jetzt schon... ...knapp sechs Stunden. Oh ja. Und dann gibt es eine kleine... Muss mal wieder meine Tochter hergern. Pipi-Pause. Also, ich hoffe, man sieht sich dann gleich nochmal. Bis gleich, haut rein. Tschö. 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 Vielen Dank.